hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von medieval dynasty aus dem tal glaubt wir haben sommer ne wir gehen erstmal schlafen ja wir haben sommer eigentlich brauchen wir kein feuer machen so guten morgen mein schatz was beschäftigt dich mein herz blutet wenn du nicht bei mir bist okay wie steht unser königreich die bauern benötigen wir handwerksmaterial okay dann gucken wir mal wir müssen schuhe abliefern was haben wir doch so genau die quests sollte ich ja machen das heißt wir müssen jetzt nach denitzer tutki baranitzer können wir die schuhe abliefern dann packen wir zwar mal noch ein paar dinge ein so fischfilet nehmen wir mit quark die holzschale kommt natürlich nicht hier rein fischfilet nehmen wir mit bisschen fleisch wo war fleisch kann ich jagen war fischfilet nehmen wir mal mit eier nehmen wir mit die habe ich schon mal wunderbar dran vorbeige scrollt scrollt manchmal wollen sie eier fischfilet nehmen wir welches mit habe ich was zu essen dabei rote beete super fischfilet so mehr kornbrot wollen sie hin und wieder habe ich welches nein ok dann hoffen wir dass sie keines wollen kupferhammer nehme ich mit kupferhammer kupferhammer recurve bogen nehmen wir mit die eimer brauche ich nicht holzschale hölzerne fiolen brauche ich nicht tollkirschen kann ich abliefern gegen gift gewichtstrank die weg warte kann ich noch hier lassen und die gänse blümchen die google säckchen kann hier bleiben so dann ich überlege gerade das braucht man noch ab und zu flachs ne flachs wird ab und zu mal gefragt wolle wird hin und wieder gefragt nehmen wir mal welche mit ansonsten weiß es gerade gar nicht eisenerz neos aber das lässt nicht sein der regel da haben wir nix hoffen wir mal dass wir damit durchkommen oder dass es damit auskommen schon so lange die quest nicht mehr gemacht daher geht das gerne mal unter beziehungsweise halt gerät in vergessenheit was man da das dann so braucht so wir gehen nach den netzer ich gehe mal hier oben lang müssen nur den bären halt ausweichen nein du verlangst nicht zu viel aber ich habe tatsächlich keinen platz mehr muss gucken dass ich meine eigenen leute soweit unterkrieg da habe ich dann nicht noch zusätzlich platz um noch mal extra welche herzuholen später vielleicht mal ich meine das dorf wird dann jetzt wieder langsam aber sicher auch werden die alten versterben das heißt dass wir dann auf jeden fall auch wieder ein bisschen mehr platz kriegen vielleicht kann man dann mal noch wieder einen fremden dazu holen ein bisschen frisches blut schadet ja auch nicht mehr bilsenkraut wird gesammelt weitestgehend fünf sachen fehlen was fehlt denn alles näherei leingarn also allein gern wird glaube ich produziert wenn ich es richtig weiß kein material flachsalm brauchen die moment das ist doch sache der scheunen haferkorn machen wir kein roggen korn noch mal flachs jetzt oder leidensamen halt also den rest kann man dann doch noch roggen korn machen so und dann sollte das auch wieder passen die armenbrust ausgerüstet ja haben wir kann natürlich sein dass wir hier banditen finden da schon mal nichts da sind keine banditen ein bisschen tarntrank dabei ich glaube nicht oder nein haben wir nicht mist den hätte jetzt vielleicht brauchen können bei den bären aber wir machen halt einen großen bogen um die bären einen großen bogen so ich denke ich werde jetzt hier auch medieval dynasty mal noch wieder ein bisschen umstellen und so werde ich hier glaube ich auch das 20 minuten intervall gehen also nicht mehr eine folge pro tag oder einen tag pro folge sondern halt 20 minuten einfach weil ja ich habe gerade so viele andere spiele noch wo ich aber auch ungerne von lassen möchte und deswegen denke ich mir reduziere ich hier ein bisschen von der zeit her und kann das dann auch weiter spielen ich will das auf jeden fall noch weiter spielen bis das update kommt oder auch nach dem update natürlich dann weil da hoffe ich ja auf neue deko und so aber das ist jetzt eben ja die anderen spiele möchte ich halt auch nicht weglassen gerade jetzt neu kingdom come deliverance was ich jetzt neu angefangen habe deswegen ja machen wir hier einfach 20 minuten oder mache ich hier jetzt an 20 minuten pro folge unabhängig wo wir dann gerade da stehen das bringt mir schon wieder einiges an zeit weil sonst geht es ja so ein tag immer 30 also 20 zwischen 20 und 40 minuten ging ein tag ja immer und tendenziell eher so um die 30 minuten wenn ich die zehn minuten pro folge spare habe ich bei drei folgen die woche schon wieder eine halbe stunde gespart da kann ich schon wieder eine folge von einem anderen spiel aufnehmen oder anderthalb folgen von einem anderen spiel und ich denke das ist ja ganz okay ich hoffe für euch ist das auch okay aber ich hoffe es einfach ja wenn wir nicht kann ich es dann auch nicht ändern da höre ich einen wolf ich sehe ihn aber nicht so den haben wir wow eiskalt abgeprallt einer ist da noch und den kommen wir uns aber gleich ja ja heul du du hast grund zu heulen deine so das war glaube ich der letzte so jetzt können wir erstmal gucken hasi nehmen wir mit wurde von den wölfen gejagt da bin ich nicht dran schuld den nehmen wir auch mit den nehmen wir mit und hier war irgendwo noch ein eisen bolzen den nehmen wir natürlich auch mit so was haben wir hier wollstoff wollgarn wolle ich glaube das war es so hier liegt noch ein wolf rum den nehmen wir auch mit dann haben wir den auch so weiter geht's weiter geht es gucken was wir hier unterwegs noch sehen banditen könnten theoretisch da unten könnte noch ein spot sein und dann weiter da hinten nochmal einer also hier könnte theoretisch noch ein spot sein aber hier ist keiner aber hier ist ein wagen den nehmen wir natürlich auch mit bernwein stock kirschwein apfelwein noch ein wein setzlinge sehr gut parfum das war glaube ich alles ok haben wir das da hinten könnten theoretisch noch irgendwo banditen sein da oben wenn dann sind aber nicht dort dann laufen wir hier oben lang um die wölfe da unten nicht zu triggern weil ich muss nicht unbedingt wölfe jagen geht zwar gut aber muss halt nicht unbedingt sein also ist das immer noch leingarn was fehlt gewinnung kräuterhütte fehlt was keine fliegenpilze mehr ok das ist absolut ok dann kannst du mal noch kräuter sammeln vor allen dingen noch bilsenkraut disteln und löwenzahn so schon mal einer weniger ach so die anderen sollte ich auch noch gucken ne fällt mir gerade so ein Produktion der Schmiede fehlt was Kupfererz 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 Moment Kupfererz brauchen wir Kupfererz brauchen wir so was sollte erstmal reichen sind 173 Kupfererz pro Tag sollte ausreichend sein und wir müssen gleich noch einen Schluck trinken sehe ich wobei ich kann mal eine rote Beete Suppe essen so dann haben wir noch wieder ein bisschen mehr müssen aber natürlich gleich trotzdem noch was trinken sehr schön dann können wir gleich mal gucken was wir hier für eine Quest haben weil das war ja das der Hauptgrund für unsere Reise dass wir die Quests hier lösen äh ist das Matilda die will bestimmt Wolle oder hi Matilda äh ja kann ich dabei etwas helfen ich habe etwas Wolle dabei ich hole Wolle für dich ich habe Wolle dabei hier ist deine Wolle ausgezeichnet nehm mal ein paar Münzen und etwas Garn dazu sehr gut so mehr haben wir hier nicht ne ne nächstes Tutki da gehen wir mal hin achso ich könnte hier noch ein paar Dinge verkaufen bist etwas abgehoben Kinga wenn ich das mal so sagen darf äh äh den Pelz kannst du haben das Salz kannst du haben die Weinflasche äh den Apfelwein den Birnenwein den Kirschwein jo das Gegengift den Sattmachertrank brauchen wir alles nicht ok passt machs gut ja war schön dich zu sehen genau so dann gehen wir nach Tutki dann noch nach Branica und danach noch Baranica da haben wir noch ein bisschen Bilsenkraut das brauchen wir für den Gewichtstrank ich meine nicht dass ich nicht genug Gewichtstränke hätte und das haben wir glaube ich in der letzten Jahreszeit schon leer geräumt äh da haben wir glaube ich einen Wolf getriggert wobei der eigentlich weit genug weg ist wobei der eigentlich weit genug weg ist eigentlich ist er weit genug weg ist auch nochmal immer wieder schön das Tal also ich mags Oxbow gefällt mir auch sehr gut aber das Tal ist halt auch immer noch wieder schön das Tal hat vor allen Dingen die schöneren Storys im Moment noch oder die also deutlich mehr Storys sagen wir es mal so schöner vielleicht nicht unbedingt also ich finde sie alles schön sowohl im Oxbow als auch im Tal aber das Tal hat einfach mehr von den Quests her ist es anders nicht unbedingt abwechslungsreicher aber anders man hier die Quests sind auch relativ vorhersehbar sie brauchen mal Fischfilet mal Flax mal Wolle mal Curvebögen mal Hammer ähm so im Großen und Ganzen von dem her äh ist das zumindest inzwischen auch nicht mehr unbedingt abwechslungsreicher früher gab es immer mal noch so die Quests ähm dass die Felder erweitern wollten wo man dann Bäume fällen musste et cetera die kommen irgendwie gar nicht mehr so weiß ich nicht ob die einfach nur im Late Game nicht mehr kommen aber in frühen Spielstunden oder Anfangszeit schon das kann ich natürlich jetzt nicht mehr beurteilen weiß auch noch wie wir hier Unmengen Bäume gefällt haben weil die da so immer wieder Felder haben wollten Hi Rückser kann ich dir bei etwas helfen meine Liebe du brauchst ein neues Paar Stiefel ok kümmern wir uns drum da kümmern wir uns drum das war die einzige Aufgabe hier naja so dann gehen wir mal weiter nach Branica weiter nach Branica und wie ich sehe ist die Zeit doch um deswegen sage ich mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen lasst gerne ein Like einen Daumen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal also unter den unteren viel aber nie ca hier Нет bis farmer